Und da sind wir wieder. Wir schnappen uns jetzt mit Tina und Insta Bruno. Wer nimmt wen? Oh scheiße. Ist mir egal, irgendeiner rennt mir schon hinterher, glaube ich. Ja, danke. Oh, jetzt ist es doch nicht mehr. Ein Grauer war hier eben auch. Ah, guck mal, da ist hier ein Tina. Oh, ich habe keine Seile mehr. Und bei mir ist ein Zucht Bruno. Okay, bei mir ist ein Tina und zwei Graue. Das ist schön, der Graue haut mich auch gerade tierisch in die Fresse. Der fällt mir hier, oh, fällt mir hier schon die Bäume. Das ist ja toll. Mist. Ja, Entzucht Bruno ist weg. Beide mehr. Und der braune ist weg. So, Tina liegt hier im Wasser. Echt, so weit weg bist du gerannt? Ne, ich war noch nicht mal bei dir oben und dann kam sie mir schon entgegen. Ja. Das Gute ist, der hat mir hier schön die Bäume gefällt. Ja. Aber ich glaube, wo die Grauen sind jetzt. Die hauen immer ab. Wenn die Mutanten weg sind, dann hauen die Grauen immer ab. Schisser. Ja, mach ich doch. Ich wollte hier nur einmal. Der Bruno? Der liegt hier. Da unten. Juck, ich sehe ihn dann. Okay. Und wo war die? Irgendwas? Äh, ja. Äh, genau da hinter dem großen Stein jetzt so. Badezug. Da ist sie. Alter, die hast du aber vielleicht zu unserem Haus gelockt, ey. Ja, ich bin immer nur rückwärts gelaufen. Das musste ich auch ganz schnell, weil dann auch noch die Grauen auch nicht eingekloppt haben. Und auf einmal bin ich dann auch mit dem Stein runtergefallen. Blub. Blub. Ob ich nicht gesehen habe, wo ich hingelaufen bin. Das war schon wieder. Ja, jetzt ist er nochmal ein bisschen weiter rein. Ja, sorry, dass mir der scheiß Mutant hinterher gerannt ist. Oder was meinst du mit weiter rein? Komm aus. Komm aus. Ist doch gut. Ja, von oben sah das. Ja, von oben sah alles. Du siehst mal wieder nix. Mit deinen Kackstelzen als Augen. Jetzt weißt du wieder nicht, was du sagen sollst, ne? Ne. Bin ich gerade ein bisschen, äh. Ne, weiß ich nicht. Wir sind gerade wieder rein. Ich bin gerade drin im Dunkeln. Und wir können die Gitarre und die Gitarre und die Gitarre und die Gitarre. Und da hinten. Hier bin ich gerade sein. Ich bin gerade unter anderem. Ich bin. Ja. Ich bin gerade was davon. auf jeden Fall. Ich bin gerade ein bisschen. Ich bin, das ist Mercury. ich bin dabei also eigentlich nicht doch mir gerade hier wieder ich nehme auch ja auch nie fange ich schon wieder an mit dem scheiß kackzaun ich verarsch dich doch nur als helfe sagen sie alle ich das schön durchrutschen kann schade Bescheid. Ja, seid ihr, lasse ich mal lieber noch, bevor das Holz dann irgendwie wieder runterfällt. Kennen wir ja. Bleibt es wieder irgendwo hängen? Ja, das bleibt ab und zu mal an der Klippe bleibt das Holz hängen. Weiß auch nicht warum. So, schwer. Ich hätte ein Kollege hier. Würde dir vielleicht daran liegen, dass du Hunger hast. Wäre aber auch nur eine Vermutung. Nein. Weiß ich nicht. Vielleicht weil dein Magen schon rot leuchtet. Also halb voll. Vielleicht hätte ich hier sein sollen. Danke. Danke. Das war's für heute. Ja, fahren am Bein runter. Ja, holz. Okay, ich gut. Wir hatten noch da oben vorhin Mutanten. Ja, das kann sein. Die haben wir da rumgewütet. Woll das so bleiben hier oder wolltest du noch irgendwo ein Fenster haben? Nee, kannst du zumachen. Echt, du hast gar kein Fenster? Nee, da muss ich deine Hackfresse nämlich nicht sehen. Okay, dann mach ich den Zug. Ja, mit ZO. Ich muss mal Bescheid sagen, bevor du das Holz schickst. Weil eben war ich nicht da und dann weiß ins Wasser gefallen. Okay. Dann muss man da stehen, damit da eine... Ja, kann man das sagen. Eine Playstation da ist, die das berechnet, dass das Holz da ankommt. Weil das ja unterwegs irgendwie despaunt teilweise. Ah, klingt blöde. Ist aber so. Ist aber so. Ich bin auch da jetzt. Lacker gesagt. Gut. Kann ich dann wieder loslegen. Ist der Dome blutet? Ja. Ich bin auch da. Warum sollte das kaputt sein? Ist man ja so in dem Spiel. Fick die Axt. Das Arschloch ey. Hat da einer reingehauen? Ja. Ich fahr grad voll am Holz hacken. Voll so. Voll so? Voll. Ich hol wieder Stöcker. Ja mach mal. Tue er dies. Wieso tue er dies? Ja. Bitte. Lack im Ei hatte ich gesagt. Achso. Na dann. Was haben sie denn verstanden? Ah. Da schmecken sie gar nichts was. Ach. Ich verstehe auch nicht warum ihr immer so knauserig bist mit dem Essen. Ich weiß es auch nicht. Also wir haben vier Sonnendinger, randvoll mit Futter. Ja, ist so. Du rennst mit leerem Magen rum. Ne, wir haben sogar sechs. Du hast ja auch noch zwei Sonnetrocknungsdinger da bei dir rumstehen. Ich habe noch zwei und oben ist ein kleinen Stein. Ist auch noch eins, äh zwei. Ja, ist ja gut. Jetzt zerbauen. Ja, warum werden die vielleicht schlafen? Ja. Mann, jetzt fall doch um, du blödes Ding. Danke. 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 Tum. Das solltest du nicht tun. Was? Da unten zumachen. Doch nicht ganz zumachen. Meinst du, wir können doch mal ins Wasser oder so? richtig oder falls ich mal ins wasser springen ich kann ja hier hinter der treppe den lasse ich ja ist okay okay es wird aber schnell duster ok ich schicke hier nochmal zweimal holz rüber und mich schicke ich dir auch noch rüber so are you ready ich hab hier schon wieder ein bug jetzt spiegel retten essen das jetzt überhaupt noch geht gespart bleibt sogar hängen bei mir ich weiß schwein in stein tasche Kann sein Frostschwein Aber noch keine Seilrutsche zurück Verdammt Ich muss wieder Bergsteigen Ich muss Bergsteigen Ich mache Steine sammeln Steine sammeln Im Regengebiet Im Regengebiet Da sieht man die auch besser Schickte Holz Achso Die liegen gut Sieht okay aus Will ich dir einfach mal glauben Ich und mein Holz Damit du nicht siehst Was für tolle Sachen Ich da drin hab Tolle Sachen Crystal Meth Pocain Gummibärchen Appas Downers Appas Downers Strupleisers Das wäre eine Möglichkeit Das wäre eine Möglichkeit Nein Ja Nein Steine Das Seil Ja Aber du müsstest ja eigentlich genug Stock haben Eigentlich Die ganzen Louis Vuitton Kisten die wir kaputt gemacht haben Säge D largest Was Das kippe Er Das ist D Die Die keine Gold muss ich jetzt mal ein bisschen was craften musst du das man will ja irgendwann die ganzen sachen auch mal haben hast du einen stockbeutel jetzt schon mal das man sich tragen kann toll toll gerade wenn ein zaun gebaut wird ich weiß auch nicht wer immer da scheiße macht ich auch nicht ich weiß nein fächer werden ich wollte noch mal einer versuchen kriegen wir hin jetzt werden hier oben langsam die wege auch zu weit wir können ja mal am nächsten in-game-tag hier mal loslegen und wieder mal in die höhle gehen juhu oder wir machen das jetzt weil jetzt können wir nämlich gerade die folge beenden dann können wir in der nächsten folge in die hülle gehen stellst du davon bin ich ist okay supi dann bedanke ich mich fürs zuschauen hoffe ihr hattet spaß und wir sehen uns in der nächsten folge bis denn dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020